Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Ich bin wieder euer Avenger und wie ihr schon gesehen habt am Intro, wir sind wieder bei The Walking Dead unterwegs. Natürlich habt ihr das bei The Thumbnail auch gesehen, aber ist egal. Im letzten Part haben wir einen Arzt getroffen, wir haben ein Boot gefunden und so weiter und so fort. Molly haben wir auch getroffen, alle mit dabei. Und jetzt wollen wir in Crawford, Sämtliche Vorräte und Batterie und weiß der Geier, Scheiß der Nei, alles was wir fürs Boot brauchen, was der Arzt braucht und 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 werden wir uns jetzt gewaltsam holen. So, und wir starten nach Crawford. Ich hoffe, das war eine gute Idee. Woher ist jeder? Es sollten die Gäuern, die Patronieren. Was? Du bist entschuldigt? Es ist einfach verrückt. Ich denke, ich sehe einen. Da da, bei der Tür. Okay, ich und Kenny kommen, versuchen ihn auszudrücken. Die resten von uns warten, dann folgen uns. Es ist vorbei. Jeder hat es? Okay, König, lass uns das ruhig machen. Keine Schrauben, wenn es keine andere Wahl gibt. Genau hinter dir. Was ist das? Okay, ich dachte Crawford wäre so sicher und die hätten alle Vorkehrungen getroffen, dass was nicht passiert. Das ist schön! Was ist ein Walker hier drin? Geht in hinein! Fast! Oh shit. Ja, das ist schon mal eine, ja wie soll ich sagen, nicht angenehme Überraschung. Fuck! Fuck! Do you think they saw us? Definitely. Shit! What the hell happened here? I thought this place was supposed to be secure. What always happens, I guess. In the end, the dead always win. Oh man, we are so screwed! Dude! Der Pender dreht total durch. Werner is right. We can deal with Walkers easier than our guards. Hm. Ach, Ben. Zeig doch mal ein bisschen Eier. Mensch. Gerne, gerne, gerne. Ach, Teenager. Oh. Dead Man Inside. Molly hat recht. Alles weiter. Hier. Say objective. Looks okay. Everybody in. Also jetzt sind wir wohl in der Schule gelandet. Also ich denke mal, ja. Sieht ganz danach aus. Oh. Munitionslager. Natürlich abgeschlossen. Wer hätte gedacht? Oh. 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 Okay, so now what? Where do we start looking? Here. Just give me a sec. Where can we find some fuel for the boat? There's a maintenance shed across from the playground here. If they were storing fuel, that's probably where it'll be. Where would be the best place to look for medicine? Right here. Nurse's station. They were using it as a medical facility. How do you know that? Just makes sense, doesn't it? So then we just need a battery. The saddle shop. It's right next door. Motable. Yup. It's called Hermann's. You can't miss it. Okay. I'll make the run to the maintenance shed for the fuel. It'll be faster if I go with you. I can take you right to it. I'll come too. No, two people's enough. You stay here. See if you can use any of those tools we brought to get that armory door open. They might need to shoot our way out of here. I'll go for the medicine. I'll come with you. I know what to take. Okay. Guess that leaves me to go find us a battery. I'll go with you. Watch your back. Okay, we've got a plan. Everyone be careful. Stay close to one another. We'll all meet back here. Good luck. Cool thing. Cool thing. I'll try to calm Ben once again, if it's possible. Yes. Hey, you need any help with that? Thanks. I got it. Just once I'd like to do something useful, you know? You're plenty useful. Yeah, right. Seems like all I ever do is get us into trouble. Well, I'll let you get on with it. No, wait. There is something you can help me with. Something that's been on my mind. I could use your opinion. What is it? It's Kenny. Since I've been helping him work on the boat, I've gotten to know him a little better. He's a good guy, you know? And it's eating me up knowing what I know. I've been thinking about telling him the truth. Ben, come on. This again? It's my fault Duck and Katja got killed. If I hadn't screwed up back at the motor inn, they'd still be alive. How am I supposed to just carry something like that around? I have to tell him. I guess you've got your own problems. Look, don't worry about it. I'll figure it out. I'm gonna get back to this. Oh man. Also wenn das Kenny sagt, der dreht total durch, der bringt ihn um. Definitiv. Also da ist dann alles fertig. So, jetzt schauen wir mal, was wir noch so machen können. Wir wollen uns auf jeden Fall die Batterie schnappen. Wie wir da hinkommen, weiß ich noch nicht so wirklich ganz genau. Aber da ist Molly, die weiß definitiv was zu tun ist. Da liegt was am Boden. Das werde ich mir mal grad schnappen. Ah, daneben nicht. Alles klar. Dann gehen wir mal in diese Richtung. So? Ah, was denkst du denn? Wo sie ist? Alles klar. Dann gehen wir einfach mal in diese Richtung. Wir probieren's. Cool, das ist auch. Okay. Okay. Oh, shit. Oh, verdammte Scheiße. Oh. Jesus. What the hell? Leave him. He's mine. Nice to see you. Molly. Molly? What? I think you got him. One more. He's wearing medical scrubs. Some kind of scientist or doctor maybe? Yeah, well. He ain't shit new. Did you find us a way in? Yeah. But the garage door is jammed. Can't raise it. Not a problem. Look what I found. Hmm. Oh yeah. That'll work. Und wir müssen uns krass beeilen. Oh, shit. Hmm. Alter, wir müssen uns weilen. Come on. Komm schon, Kummel. Kummel, Kummel! Ah! Und durch. Wieder lebt noch. Achtung auf. Take a look around. I'll make sure no stragglers get under this door. Okay. Oh man. Ähm. Das Blinklicht verrät nichts Gutes. Ich denke mal, Alarmalagetechnisch ist da echt was zu machen. Ist klar. Hm? Hm. Schauen wir doch einfach mal. Hm. Das ist so ein Durchschneiden. Ah, das ist aber auch keine gute Idee eigentlich, wenn ich jetzt mal so überlege. Ich denke mal. Ich kann sehen wie die Batterie es soll sein. Aber es ist nicht. Der Batterie ist draußen. Shit. Ah, ja. Wir bauen uns mal dieses äh. Ja, das ist so ein Eispickel. Zum Klettern. Hm. Kann man nachvollziehen? Was war das denn da hinten? Er kam mich auf dem Rooftop und versuchte, mich auszutauschen zu nehmen. Also habe ich mir Geld gemacht. Was, hast du ein Problem mit meinem Geek zu töten? Nein, es scheint nur, dass du ihm ein bisschen mehr auf ihn gehst, als du brauchst. Hey, du wirst nicht wirklich wissen, wann diese Dinge tot sind. Ich habe nur sicher. Schau, willst du diese Batterie oder nicht? Zeit ist verraten. Tja, jetzt brauchen wir uns mal den Eispicken. Hilda? 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 Ja, ok, damit werden wir jetzt dieses Ding ... Cutten. Wie schon gesagt, da oben ist eine Alarmlage, das könnte auch böse ins Auge gehen, aber ... wir müssen es tun, weil in dem anderen Ding ist keine Batterie drin. Ja, ich hätte vielleicht... naja, egal. Das ist eigentlich so langsam wie eigentlich irgendwie möglich. Okay. Immer erst den Pluspol. Und dann den Minuspol. Sonst lädt sich die Batterie. Ja, ich versuch's. Ganz genau. Hallo hoch da. So, und jetzt? Oh, haha. Great. Now what? Skylight. Ich find's so krass. Die Kleine kann mich hochheben und der Kenny kann mich nicht mehr festhalten. Okay, so. Now we're on the roof. Willst du ever stop complaining? Come on. Alles klar. What are you? Chicken? Jump! I don't know, man. Echt jetzt ernsthaft? Oh man, ey. Fuck it. Ja. Der erste Fail. Hm, hm. Okay, so. Now we're on the roof. Ich glaub, das hab ich sogar auf dem Handy ein paar mal verkackt. Einfach mal schauen. Vielleicht kriegt man's ja hin. Jesus. Come on. What are you chicken? Jump! Trump! Was hast du mich? Nun, dass du es erwähnt hast. Jawohl. Bam. Man kann's natürlich auch eher drücken. Ich mein... Aber man muss ja auch mal sterben in dem Spiel, ne? Man muss ja mal demonstrieren, was passieren könnte, wenn man's nicht schafft. Aber... na ja. Ist halt nun mal so. Jetzt bin ich halt echt mal gespannt. Logan. Das ist klar. Alles klar. Ein bisschen Hilfe, ein bisschen Hilfe hier! F***, die Tür werden nicht all den Weg veröffentlicht! Please, mach was! Wir haben es! Breche die Tür mit was! Aaaaaah! Ihr Ratten! Ihr Ratten! Äh, eh! Nein! Drecksickel! So, oh Gott sei Dank! Ich hab die ganze Zeit auf W gedrückt! Pfff! Think that'll hold? Get damn well better! There's so many of them! You got the fuel! Let's not start high-fiving each other just yet! Let's get the hell back to the classroom! Just a hand with these fuel cans, they weigh a goddamn ton! Das einzige was den juckt! So verdammt schwer! Oh man! Hey! How'd you guys make out? We got the fuel! Awesome! Good job guys! How are you doing with that door? Not so good! Here, let me give you a hand! Did you get that battery yet? Yeah! Molly has it! Molly has it! She should be back here soon! She'd better be! Brie! Brie? Hey Lee! Thanks for all your help back there! I don't think we would have made it without you! No problem! We're all on the same team! So you're a cancer survivor? Like Vernon and the others? Yeah! I was diagnosed when I was in college! Been getting treatment ever since! Just when I was starting to get better! When I thought there might be some hope! All of this happened! I lost my hold! I'm the only one who survived! Funny how things work out, huh? Jesus! How long have you known Vernon? A couple of years. He ran our support group. He was really great helping me come to terms with my disease. But how do you come to terms with something like this? With a place like Crawford? I don't know what I or the other survivors would have done without Vernon. He's the one who held us together. Kept us alive. What do you think about this whole Crawford situation? I'd rather not talk about it. Too many awful memories. Even being back here gives me a bad feeling. Even now? Everyone dead? I got no sympathy for what happened to these people. They weeded out the sick and the old. Even children. Those least able to defend themselves so that they could save their own skins. Whatever happened here, however Crawford fell. I consider it poetic justice. Damn girl, that's cool. It's how I feel. If you'd seen what I've seen, you'd feel the same. I'm a little busy here, Lee. Maybe you should go get that battery or help with the medicine. Okay. Let's see. 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 Looks like they had quite a system here. Crawfords final solution. Okay. Äh. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel hat gerade momentan echt ziemlich viel Hänger. Ich weiß aber nicht warum. Ich kann es euch nicht sagen. Ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. Es hat sich schon wieder aufgefallen. Oh mein Gott. Jetzt zum Endspiel. Tja, da bin ich wieder. Ich habe es irgendwie geschafft, wieder rauszukommen. Gott sei Dank. Ähm. Jetzt werden wir uns erstmal um die beiden kümmern. Mal fragen, wie lange es noch dauert. Die Batterie. Once we find some medicine, we'll be good to go. So, where's this battery you found? Molly has it. She ran off to do something. Well, she'd better bring it back here. I don't know why you trusted that girl with it. We hardly know her. She saved your life, didn't she? Hm. Yeah, but what has she done for me late? Also Kenny, der ist so misstrauisch. Und eigentlich ist er manchmal echt ein kleines Arschloch. Aber ich mag ihn trotzdem. Ne? Ist ähnlich wie der Tauli. Der kann auch ein Arschloch sein. Aber ich mag ihn trotzdem. Ha, 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 ha. Nix wo ungut, Alter. Grüße an dich. Ha, 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 ha. So, dann schauen wir doch mal nach den Medikamenten. Ähm. Ja. Um die brauche ich mir, glaube ich, erstmal keine Gedanken zu machen. Ah ja, poltert ein bisschen rum. Das passt schon. Ich guck jetzt mal gerade. Äh. Oh, what the fuck. What the hell? Shit. Okay. Äh. Okay. Muss ich jetzt alle erschießen? Ja. Jetzt kommen es natürlich alle. Ist klar. Boom. Headshots. Sensationell. Oh. 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 Oh, das ist irgendwie so toll. Oh. 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 Und wir halten die Präsentationen in dieser Angelegenheit, in der Hüte. Keine Weise, dass wir ihn öffnen können? Vielleicht mit genug Zeit. Aber ich weiß nicht, wie viel davon haben wir. Es wäre viel schneller, wenn wir nur die vier-Digit kombinationen kennen. Ich warte, dass sie es nur hier unten verlassen und es hier für uns zu finden. Wir sollten einfach versuchen, es öffnen. Wir haben kein anderes Wahl. Okay, du beginnst. Ich schaue mich und schaue mich, ob ich etwas für ein Wichtiges findes. Ja, werden wir uns wieder mal umschauen müssen. Achso, ja, das ist doch völlig klar. Richtig. Anna Correa. Ich glaube, sie muss hier ein bisschen Patient sein. Ja, was ist das? Was ist das am Boden? Es ist ein Sonogramm. Das ist unser Schallbild. Okay, hier sind so, ja, so Stuff-Zeug. Schauen wir mal, ob die Kamera noch funktioniert. Weil dann könnten wir eventuell mal einen kleinen Einblick da drin haben, was der eventuell... Ne? Das könnte der Typ sein, aus der Gasse hören. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie Sie wissen, die Regeln sind sehr klar. Die Termination ist Mandatory. Sie müssen sie sagen. Sie sagen, sie sagen, es war nur nausea. Aber Sie gab mir etwas für sie, und es ging weg. Hey, das ist mein Problem, nicht deinem. Obersten findes out, dass ich eine Begründung von einer Begründung habe. Ja, ich bin sorry, aber diese sind die Regeln. Ich werde dir einen Sedativen. Das wird die Prozedur einfacher für dich. Ich will nicht den Prozedur, ich will mein Baby. Ich kann das nicht tun. Ich kann das nicht tun. Anna, Sie haben keine Wahl. Wenn Sie mögen, Sie können mit diesem Zeitraum nehmen. Aber ich brauche, Sie kommen nicht später zurück, als morgen. Oder ich habe keine Wahl, sondern informieren Obersten an mich selbst. Ich bin sorry. Okay, wir werden schauen, was er bei sich hat. Verdammt, immer ich, immer ich. Naja, egal. Vielleicht finden wir ja Molly auf dem Weg. Ich glaube, die war nämlich auch mit dem Arzt auch nicht so ganz fertig. Was sich dahinter verbirgt, werden wir gleich herausfinden, denke ich. Oh yeah. Oh yeah. Hier ging es auf jeden Fall lang, nach draußen. Okay, wir müssen auf jeden Fall wieder da hoch. Dürfte ja nicht allzu schwierig sein. Woa! dunno! found behind the Member